guten tag und herzlich willkommen zu den technews der woche 26 und heute nur mit ganz kleinen news und zwar vier stück denn die wichtigste news kam ja schon am mittwoch und zwar der test der amd radeon r9 fury x den verlinke ich euch mal in der beschreibung und ja wir starten einfach mal und zwar die sapphire radeon r990x hat jetzt ein neues bios und zwar wurde die karte etwas leiser das könnt ihr hier sehen von daher kann man die jetzt auch eigentlich empfehlen vorher war die wirklich ein bisschen zu laut 45,5 dezibel unter last und mit dem neuen bios ja nur noch 43,5 dezibel das ist schon ein ganzes stück und man hört es auch deutlich könnte ich gerne mal durchlesen ja und das war es eigentlich auch schon dazu ist eben wie gesagt ein bisschen leiser geworden dafür die temperatur noch ein bisschen höher aber ansonsten hat sich da nichts getan dann gibt es hier die playstation 4 ab dem 15 juli auch mit einem mit einer 1 terabyte festplatte und weiterhin hat sich das gewicht um zehn prozent reduziert also circa zehn prozent und auch die leistungsaufnahme sinkt von 250 auf 230 watt ja und mehr neues gibt es eigentlich nicht dann ist dieses klavierlack design ja jetzt gewichen auf einer seite war das ja so ein bisschen klavierlack mäßig und das ist jetzt auch entfernt worden finde ich ebenfalls sehr gut und ansonsten hat sich da auch nicht viel getan ein terabyte finde ich aber ist schon ein muss in der heutigen zeit also ich würde sogar zwei terabyte begrüßen aber gut ein terabyte ist schon mal ein schritt in die richtige richtung dann gibt es hier ein paar intel skylight modelle die meisten werden die namensgebung eh schon erwartet haben und der beste prozessor im desktop bereich wird dann der i7 6700k prozessor sein tdp wird wahrscheinlich wieder um die 95 watt liegen und vorgestellt werden die ganzen prozessoren dann wahrscheinlich zehn tage vor der idf 2015 und das ist dann im grunde zur gamescom das kann man so als gesichert ansehen leistungssteigerung wird ganz normal wieder nur ein paar prozent der ipc sein also bei gleichem takt circa 78 prozent vielleicht leistungssteigerung im 14 nanometer verfahren und ja viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen viele warten auf skylight weil ddr4 dann endlich unterstützt wird auch im normalen mainstream bereich sage ich mal und deswegen werden wahrscheinlich auch viele auf skylight direkt dann umrüsten was ich natürlich auch verstehen kann ja ich bin gespannt wie sich dann die prozessoren auch zu haswell i schlagen ob es da vielleicht noch immer einen großen sprung gibt oder ob die schon langsam zu den extreme prozessoren aufholen bin ich gespannt und ja ich würde sagen noch ein bisschen abwarten bis august und dann wissen wir mehr und die letzte news ist hier über windows 10 und zwar sollen wir den verkauf auf usb sticks planen was ich erst einmal sehr gut finde aber ich weiß natürlich nicht was das für usb sticks sein werden wenn die genauso langsam sind wie cds dann macht das glaube ich wenig sinn aber ansonsten ist das ein schritt in die richtige richtung ich installiere mein windows schon seit anderthalb oder zwei jahren nur mit usb sticks jetzt habe ich leider meinen verloren von daher muss ich mir bald meinen neuen holen aber ja generell habe ich schon lange keine windows cd mehr beziehungsweise ich hatte eine cd und habe die dann einfach habe das iso abbild darunter gezogen und auf den usb stick gepackt finde ich besser und wenn würde ich mal sagen das ist auch mehr so zukunftsmäßig dass man einfach windows jetzt auf einen usb stick hat und dann von dort aus installiert aber wie gesagt ich hoffe mal die usb sticks sind einigermaßen schnell zumindest so um die 50 bis 70 megabyte sollten die schon lesen und schreiben können müssen jetzt keine high end usb sticks sein aber das sollte schon zumindest diese leistung sollte zumindest schon mal anliegen jo das war es eigentlich schon mehr gibt es diese woche nicht wie gesagt das wichtigste kam am mittwoch schon zur r9 fury x da bitte mal in die beschreibung schauen oder vielleicht habe ich es auch hier im video verlinkt und damit würde ich sagen bis zur nächsten woche und tschau tschau das ist ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020